Hallo und herzlich willkommen zu FNAKT und Freddy's Sister Location. Diesmal jetzt weiter machen. Ja. Ja. Dad, wir lassen die anderen Kinder gehen für sie. Warum lässt du mir nicht gehen? So. Willkommen zurück für eine neue Nacht von intellektuellen Stimulation, Karriere Ereignisse und Selbstreflexion über die Vergangenheit. Wir sind engagiert zu entwickeln eine unigere und erfüllen Erfahrung. Ja. Toll. Okay. Ja, ja. Da sind wir wieder. Ja. Die Elevator stopt. You know the routine. Get out now or whatever. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay. So, not that funny, but it's a story. So, das ist ein Video wieder da. Ja, ich stehe. Wir beginnen mit deinen Nachtlos. Du solltest auf Ballora schauen und sicher, dass sie auf ihrer Stage ist, aber... ... was auch immer. Ja, ich... Ah jutsch. Ja, die ist nicht da. Ich glaube, Ballora hat bessere Dinge zu tun. Lass sie zappen. Das sollte Spaß machen. Die Gehebung... Die Gehebung... Die Gehebung... Die Gehebung... Ja, du hast... Funtime Foxy... ... alle schauen gut, dass er bereit ist für Showtime. Ja, das klar. Ja, du hast... Kurent. 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 Es gibt ein Problem mit dem Synthesizer. Defaults settings wurden gestorben. Bitte gehen Sie durch die Vente, zu Circus Baby's Auditorium. Das kann ich nicht verstehen. Ich komme. Lotion Trigger. Circus Gallery Vent. Nein, nein, nein. Circus Baby hatte heute eine sehr schwierige Zeit. Lass uns die Lichter sehen, und sicher, dass sie in die richtige Arbeit ist. Das ist ja immer noch nichts. Oh, Circus Baby. Wir sind nicht hier, um zu spüren und zu spüren. Lass uns die Baby zu spüren, mit einem Kontrollen Schock zu kommen. Ja, das geht nicht. Lass uns noch einen Kontrollen Schock zu probieren. Also geht das nicht. Oh, nein. Es scheint, dass es eine Kraft-Malfunktion gibt, die unsere Möglichkeit, zu richtig motivieren, die Baby zu spüren. Bitte stand bei, während ich das System wiederholst. Ich werde momentan offline sein, während dieser Prozess. Various andere Systeme können auch offline sein, wie die Sicherheitsbrüche, die Locken und die Oxygen. System zu Beginn. Wow. Lass mich hier alleine. Alles klar, jetzt muss ich wieder hier durch. Aber diesmal. Grip. Hier. Click and drag. Ja, okay. Ich muss mich jetzt hier quasi verstecken. Vor wem weiß ich nicht. Ja. Es ist sonst, ne? Wie immer. Aber kann ich nicht die Taschenlampe ausmachen, weil die leuchtet ja da durch. Dann kann der oder die ja mich ja schon sehen. Aufmachen kann ich ja nicht. Na super. Ja, das muss ich eigentlich hier quasi nur warten, oder? Aber so garantiert noch was passieren, weil ich glaube nicht, dass man sich jetzt hier einfach nur versteckt. Ne, hier ist eigentlich nix. Egal. Irgendwas kann jetzt aber auch hier passieren, oder? Was macht der da? Muss ich ihm blenden? Nein. 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 Ach komm, das ist jetzt so richtig. Ach komm. Nein. So, okay, ich muss es jetzt einfach nur so festhalten, bisher keine Kraft mehr hat. Seel ich hier nicht irgendwo noch? Oder? Die? Das war's nicht. Ja, es geht wieder auf. Komm. Alter. Nein. Guck mal, wie weit auf das Hirn ist. Nein, nein, nein. Alter, ich hab so viel Schiss jetzt mal. Ja, 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 ja. Ey, ist er jetzt schon hier drin? Ist er hier drin? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ich muss jetzt so ein so eine Tür laufen wenn ich bin es muss die Köln stehen bleiben aber der Mann hat gesagt so schnell machen aber Frau hat gesagt das stimmt nicht ich so langsam machen weil die mich nicht sehen kann sondern nur hören okay und dies so nah okay das ist schon etwas schwierig muss nicht so gerade leicht es seems you are taking a long time please proceed as quickly and as quietly as possible ah das klar ich bin fast da komm 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 ich bin gleich da okay οι O.K.: you may now interface with the breaker control box using the interface may disrupt nearby electronics if you feel you are in danger feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect okay hmm so she says Schaff ich doch, oder? Ja, eine Sonder. Ich muss mal gucken, ob der noch da ist. Dann kann ich weiter machen. Und der ist direkt da. Ja. Der muss weggehen. Da hat er. Hey, der. Das schaffe ich. Der war. Der war schon wieder weg. Und hier werde ich nix kappen, weil das hier... Ich füge jetzt ein bisschen Spannung ein, dass der mich jetzt hier nicht kriegt. Boah, Alter, gefällt mir da wirklich, ne? Das kriege ich jetzt auch noch online? Boah, scheiße, ich habe mir gerade Anrufs gemacht. So, jetzt muss er wieder an seinen Platz gehen. Gut. So. Das ist richtig schwer. Das sieht zwar einfach aus, ist es aber nicht. Ich war immer bei 95%. Kommt schon. Ja. Pff. Oh, hat der mich gerade erschreckt, ey? Ich muss immer nach 50 oder 50% sagen, weil das geht so langsam auch immer wieder runter. So. Was denn da? Alles klar. Alles klar. Ich versuch's das nächste Mal nochmal und, äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und, ja, viel Spaß noch. Tschüss.